Herzlich Willkommen, Freunde, zu Minecraft Dungeons, der wahrscheinlich vielleicht der letzte Part dieses Spiels. Es wird halt, es wird noch gemunkelt, dass ein Neter und ein End-Update noch kommen werden, aber bis jetzt wurde noch nichts, glaube ich, dazu gesagt, deswegen ist es erstmal vorher der letzte Part, denn wir besiegen heute den End-Boss der Eiswelt. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Ich habe mich halt wirklich überhaupt nicht spoilern lassen. Weil es mich auch eigentlich gar nicht interessiert hat. Ja, und jetzt kommt, ich stelle mal eben laut an. Tief in der verlassenen Festung haust ein Geist, der durch den Splitter verdorben und somit zur Quelle des ewigen Winters geworden ist. Der Splitter muss zerstört werden, bevor dieser gruselige Geist die Welt in einen Eisklumpen verwandelt. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn die Welt so einen Eisklumpen wird. Das würde dann nämlich bedeuten, dass die Erde nicht vertrocknen kann. Oh, das wäre ja super. Ja, aua. Ich fände das cool, weil ich friere ja lieber, als es so warm zu haben. Machen wir uns mal ein bisschen schneller hier. Oh, 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 oh. Oh Gott, den haben wir aber. War ich kurz vergiftet? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier unten? Hä? Sieh was? Achso, ach Gott, ich kann da drunter herlaufen. Okay. Das kann man nicht berühren, hätte sein können. Oh, oh, oh. Aua. Finde den Diamantenschlüssel, okay. Wird er hier irgendwo sein? Ah, aha. Hier geht es also nach rechts. Oh. Sieht aus wie der Lich King aus, ähm, äh, Terra... Ne, oh Gott, Terraria. Ja, es kann sein, dass er tatsächlich aus Terraria kommt, aber ich meinte aus dem Twilight Forest Mod. Daran hat er mich jetzt erinnert. Oh Gott, Alter, nervt mich doch nicht. Ich muss hier den Dungeon bezwingen und das Böse bekämpfen. Den haben wir noch gut weggehauen. Oh, ich sollte mir, glaube ich, die Pfeile aufsparen vielleicht. Für den Endkampf. Ich glaube, das mache ich auch. Oh Gott, Aua. Du, 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 okay. Hier ist also jetzt nichts, oder? Oh, ach, da ist die Kiste. Da ist eine Kiste. Was bekommen wir hier? Oh, eine einzigartige Automatikarmbrust. Höhere Feuerrate erhöht sich beim Schießen. Oh, das ist natürlich sehr cool. Okay, werde ich dann wahrscheinlich auch noch irgendwann, ähm, Dingsen besser machen. Ja, ist das Aufwerten. Aufwerten, genau. Ah, das nehme ich noch ganz gerne mit. Da unten auch Gegner? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Oh, hier ist ein kleiner Dungeon, oder was? Oh Gott. Ne, ne, super. Weg mit euch. Ah ja, dass sie alle Fische haben, ne? Oh, und jetzt habe ich hier aber was gedrückt. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gedrückt habe. Was ist das hier? Wie leuchtet das hier so? Ich weiß es nicht. So, weg. Oh Gott, weg. Oh, hier haben wir jetzt auch was gedrückt. Ach so, hier ist der Schlüssel. Okay. Oh, ich kann ja nicht rüber springen. Stimmt, springen kann man ja hier gar nicht im Spiel. Außer rollen. Oh, kein Monster kommt mir entgegen. Okay. So, jetzt haben wir offen. Finde die Quelle. Die Quelle des Eises. Ach man, die Quelle hätte ich gern zu Hause. Schnelle Anbruchs, auch cool. Aber einfach explodieren lassen. Warte, hier kann ich hierher. Weiß nicht. Hm. Vielleicht so. Ne, so auch nicht. Vielleicht hier oben. Achso, das ist wahrscheinlich so eine Wendeltreppe. Ja. Ja, deswegen kann man hier hoch. Okay. Hab's verstanden. Wir werden mal schnell. Oh Gott. Haben wir alles gut noch geschafft. Oh Gott. Das Gute ist, die machen nicht ganz so viel Schaden. Geht weg. Oh nein. Ah, oh. Ups. Untergeplumpst. Untergeplumpst. Oh, schon wieder untergeplumpst. Okay, Heilung. Weg. Weg mit euch. ihr Schneeballtypen. Aua. Mann, ey. Boah, die, also diese neuen, äh, Eismagier da, ne? Die, die nerven mich aber richtig. Och, lass mich in Ruhe. Hier ist aber nichts, ne? Da ist nichts, ja. Okay, gehen wir weiter. Ne, ne, hör auf. Oh Gott. Ah, guck mal, ich hab hier schon ein richtigen gefunden, glaub ich. Ja, perfekt. Oh Gott, jetzt bin ich langsam wegen diesen Eisdingern. So. Hier, bitteschön. Der Pianu kauer ich ein. Oh Gott. Alter, hier sind überall Löcher. Was ist falsch mit diesem Level? Mit diesem Dungeon. Hier kann man einfach überall runterfallen. So. Pfeile her, gib mir Pfeile her. Noch mehr Pfeile. Für den Endboss. Ich meine, der Dschungelendboss, der war ja eigentlich easy. Der konnte irgendwie nicht allzu viel. Ohne jetzt haten zu wollen. Aber der konnte echt nicht viel. So, haben wir uns ein bisschen. Deswegen glaube ich, dass der Eisboss jetzt auch nicht so hart wird. Tatsächlich. Aber ich bin gespannt. So. Weg mit dir. Keine Ahnung, was die ganzen Sachen nochmal machen, aber... Ich hab sie. Ich hab sie. Oh Gott. Du 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 du. Und... Oh, ein Katapult. Cool. Ja, wir spielen, glaube ich, jetzt hier auch gerade so ein bisschen die Schlacht nach. in Minecraft Dungeons. Oh Gott, ich... Soll ich oben anfangen? Hier rumzulaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich hier hin muss. Hier links geht es nämlich auch noch weiter. Da. Gehen wir erstmal hier her. Oh, das ist eine Kiste. Perfekt. Ja, ja, hier. So, und ihr... Könntet ihr mal aufhören, mich hier anzugreifen? Oh Gott, ey. Da ist auch noch eine Kiste. Okay, da oben geht es raus. Okay, können wir da her? Können wir da her? Doch, müssten wir eigentlich. Aber ich mach mal eben die hier weg. So. Hm. Ich glaube, wir kommen hier irgendwann wieder raus. Aber da hab ich jetzt keinen Eingang gesehen. Ich glaub nicht, dass ich da erstmal hin kann. Da haben wir aber einen Schalter. Oder eine Fackel. Hab ich nicht gesehen. Okay. Hm. Komm ich hier echt nicht? Irgendwie hoch? Irgendwie hoch? Nee. Okay. Das ist kein Schalter. Das ist eine Fackel. Okay. Weg. Mit euch. Alter. Jungs, Jungs. So ist es echt. Oh. Als ob ihr das überlebt habt. Ihr denn für Leute? So. Hier oben waren auch noch welche. Weg. Oh. Mein ey. Lass mich in Ruhe. Du guck. Oh ne. Jetzt hab ich meinen Tank genommen. Naja. So. Ihr haltet mich nicht auf. Mann. Das hat so glänzt. Jetzt sind wir auf dem Dach drauf. Kurz Angst gehabt, dass man da wieder runterfallen kann. Wir gehen erstmal hier hinten gucken. Hier geht's nämlich rein. Okay. Also bis jetzt, ne. Ich muss sagen, der Dungeon ist trotzdem. Sieht sehr cool aus. Wir haben Level Up. Nice. Können wir gleich mal kurz gucken, ob wir was verzaubern können. Normalerweise müssten wir was verzaubern können. So. Und hier geht's dann. Ah. Hier. Gucken wir mal eben. Wir haben hier zwei. Drei. 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 Hier. Das erste haben wir nämlich noch gar nicht. Da wollte ich, glaube ich, kritischer Treffer. Ja. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das mit. So. Wir gehen jetzt eben hier hinten mal durch. Vielleicht kommen wir da auch einfach auf die andere Seite. Ne. Kommen wir nicht. Hier sind Schlüsse. Okay. Wozu brauchen wir den Schlüsse hier? Das ist ja gar nichts. Weg mit euch. Oh. Hier. Oh Gott. Er hat mich getroffen. So. Oh. Ja, 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 ja. Ach mein Gott, ey. Hier. Weg mit euch. Danke. Aha. Katapult wieder. Hier haben wir keine Druckplatte. Sah danach aus. Oh. Weg mit euch. Ich finde es gut, dass da Diamant-Dingsbums nicht wegläuft. Oh, Alter. Weil den immer aufzusammeln ist auch nervig. Oh. Da unten ist echt ein schöner Innenhof. Wirklich schön. Ja, 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 ja. Mein Gott. Hier. TNT für euch. So. Wieso hat er geleuchtet? Ich weiß es nicht. So. Geh weg. Weg mit euch allen hier. Ja, du auch. Bang. Weg mit euch. Da zufrieden. Ah, da geht es lang. Okay. So. Komm mit, Kleider. Wir gehen weiter. Bang. Fällt mich super. Oder ist eine Rüstung. Auch gut. Nimm mal den Trank. Haha. Ausgewichen. Ich bin so gut. Oh. Meine Hand schläft wieder ein. Das habe ich letzte Zeit wieder öfters, tatsächlich. Weg mit dir. Und benutzen. Achso. Hier. So. Jetzt. Jetzt aber. Was haben wir schon jetzt wieder so eine Plattenrüstung. Okay. Dann machen wir jetzt nämlich gerne mit. Ah, ja. Okay. Jetzt sind wir hier. Okay. Können wir jetzt nämlich nach links gehen. Mal gucken, was jetzt hier so uns erwartet. Erstmal alles da weghauen. Aha. Sehr interessant. So. 7, 8. B, 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 kommt. 9, 10. B, 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 kommt. Das kommt. Okay. Egal. Egal. Wir müssen ja nicht so schnell sein. Aber. Ich will. Als. Oh Gott, ey. Ja, ja, ja. Kommt. Greif mich einfach an. Und fertig. So. Weg mit euch. Och. Ja, ja. Kommt doch da runter, ey. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt auf dem Piratenschiff drauf. Aber es wäre ja krass gelogen, ey. Vorräte. Okay. Das ist das erste Mal, dass die Vorräte nicht in einem sicheren Raum sind. Das wundert mich ja hier für so ein Minecraft Dungeon Ding. So. Und hier erstmal wegschmeißen, weil das nervt eh nur. So. Der vergiftet. Er ist an der Vergiftung gestorben. Och. Nein, ey. So. Weg mit euch. Was hat denn? Achso, der Papagei. Komm her. Komm her. Da sind Toten der Abschirmung. Okay. Aber was ist das jetzt hier? Ein paar Wählungen. Hier ist nichts. Okay, oder? Ne, da komme ich auch nicht drauf. Da komme ich auch nicht drauf. Ja, ja, ja. Ihr seid es aber hier, ey. Ihr wolltet es wissen. Wenn das Spiel nicht geht. Peng, peng, peng. Bum, 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 bum. Weg mit dir. So, da haben wir eine Sackgasse. Okay. Bam. Oh, der Schildtyp hat überlebt. Ist natürlich sehr heftig. Aber es ist für mich alles gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich gehe jetzt erst mal rechts lang. Und das ist nicht der Hauptweg. Oh. Super. Gehen wir mal hier rein. Okay. Oh, der eine, der hängt da unten so fest, dass ich den nicht schlage. Achso, der war schon tot. Der war schon weg. Weg vom Fenster. Okay. Ist auch nichts nennenwertes. Ist auch nichts. Oh. Okay. Eine Falle ist hier. Naja. Hat mir mal gedrückt. Weg mit dir. So. Super. Keine Eismagier hier, die mich nerven. Oh, aber da sind auch keine Eismagier. Da wäre einer gewesen. Oh Gott. Achso, Y war die Taste. Stimmt. Ah. Ja, 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 ja. Hier. So. Dankeschön für die Kiste. Schwere Armbrust. Nehme ich gerne mit. Boah, hier sind echt viele gute Kisten tatsächlich dabei. Das überrascht mich. Ich hätte ja am liebsten auch noch diese schnellen Füße. Dass man so richtig schnell ist. Ach, da war nur einer. Machen wir natürlich auch weg. Oben haben wir wieder einen Schlüssel. Ich finde den goldenen Schlüssel. Ja, der ist doch hier schon. Aber vielleicht sollt ihr erstmal hier euch Ottos hier erstmal wegmachen. Achso. Ich komme hier da gar nicht so hoch. Ich brauche erstmal den Schlüssel. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal gucken, was hier hinten ist. Ja, ja. Aua. Hört mal auf hier. Ich bin nur ein Mensch. Sie wollten mich hier alle besiegen. Wie? Achso, hier ist der Schlüssel. Oh Gott. Na gut, ne. Wenn man vergiftet ist, dann kann man den Schlüssel auch schlecht aufheben. Warst du schon? Nee. Nee, nee. Natürlich war das das noch nicht hier. Boah, Alter. Nervt mich jetzt nicht. Aua, 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 Aua. Kommt noch was? Achso, da sind noch welche. So. Super. Wo geht's denn hier runter? Keine Ahnung. Hier war das, ne? Ja. Ich meine, das ist ne tolle Wache. Hey. Achso. Ah, ich kann jetzt hier oben hergehen. Okay, ich hab's. Ich hab's ja standen, Uwe. Ich hab's ja standen. Aber hinten war nur noch ein Weg, oder? Ja. Dann gehen wir da noch eben hin. Geben wir da noch eben hin. Hier. Weg mit euch. Oh Gott. Hier sind aber echt wieder Creeper. Ich hab's aber hier über... Naja, übertrieben ist es jetzt nicht, aber... Hat Sinn. Es ist mir echt Spaß, einfach nur so drauf zu kloppen. Echt ein schönes Gefühl. Schönes Gefühl. Aha. Ja, ja, ja. Explodier ruhig. Nerv mich nicht da hinten. Oh, ein Salamander oder sowas. Sehr schön. Ah, ja. Kommt. Kommt. Ich kämpfe jetzt hier mit Fall und Bogen. Ganz ehrlich. Irgendwie... Oh, eine Obsidien-Truhe. Die hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich. Ein Seelenmesser. Ob da was besser ist, drin ist, das bezweifle ich aber tatsächlich. Oh, ja, ja, ja. Lass mich mal hier in Ruhe. Danke. Ich lauf mal einmal hier durch. Super. Kann ich weitergehen? Ja, ja. Ja, ich weiß, Lieferando, dass das schon eine Weile her ist, dass ich bei euch was bestellt habe. Aber momentan lebe ich gesund. Was ist das denn jetzt da? Ah, okay. War schon gerade am Zweifeln, was jetzt hier los ist. Nehmen. Ah, ist das unser Endgegner? Okay. Siege den Geist. Ja, ja. Oh Gott. Komm, ich halte einfach gedrückt hier. Komm. Den hauen wir rein. Sehr schön. Aber ich will eigentlich nicht, dass er da hinten stirbt. Okay, er ist außerhalb. Achso, ich muss das dann nehmen. Und jetzt muss ich losgehen ohne ihn? Ja. Oh. Oh, die Drachenstatue ist hübsch. Ist echt hübsch. Ja, schöner. Schöner Dungeon, echt. Ach, das war's. Okay. Ja, Leute. Gucken wir doch eben, was die Shops machen. Und dann war's das auch mit dem Part. Und vielleicht sogar im letzten Video zu Minecraft Dungeon. Also, ist echt ein schönes Spiel. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. 77. Oh, okay. Der ist besser als mein alter Stab. Ne, Sense bin ich nicht so der Fan von. Dann öffnen wir jetzt hier noch eine Lootbox hier. 100, ein Schwert. Super. Super, duper. Können wir noch beim Dorfbewohner gucken. Dorfhändler. Oh, eine schnelle Armbrust. Ja, auch 101 ist echt cool. Schmied bräuchte, glaube ich, noch einen. Okay, Leute. Dann war's das jetzt erstmal mit Minecraft Dungeons. Oder hat sich irgendwas Neues eröffnet? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne, hat sich nicht. Wieso haben wir hier eigentlich Häkchen und hier nicht? Weiß nicht, aber den haben wir auch gemacht, Leute. Dann sehen wir uns bald wieder. Da. Sind hier denn Häkchen? Das sind auch keine Häkchen. Doch, da ist einer. Achso, falls da noch irgendwas drin zu machen ist, oder was? Ah, falls man noch eine Belohnung noch nicht gefunden hat. Ah, für 100% Spieler. Okay. Naja, egal, Leute. Das war's mit Minecraft Dungeons. Und wir sehen uns dann bei anderen Projekten wieder. Bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.